Comfort Temp Fiberball Padding Eco Die neue Dimension der Thermoisolierung Die weltweit erste Wattierung aus Faserbällchen Comfort Temp Fiberball Padding ist eine innovativ Alternative zu Downer. Die Wärmeisolierung ist höher als bei anderen Wattierungen. Es gibt viel Freiheit beim Design und es lässt sich einfach vereinbarten. Jetzt gibt es auch Comfort Temp Fiberball Padding Eco. Es besteht aus 100% recyceltem Faserbällchen beim gleichen Performance. Puja, der Spezialist für nachhaltige Outerware, setzt Comfort Temp Fiberball Padding Eco als erster Kunde weltweit ein. Auch andere Kunden und Konsumenten können sich jetzt für nur mehr Nachhaltigkeit entscheiden.